Wir nehmen euch heute mal mit an unsere 5-Achs-Fräsmaschine und das ist schon das Endergebnis. Aber vorher erstmal den Nullpunkt einmessen, das macht die Fräse ganz alleine. Dann mit dem Kran das Werkstück aufspannen, gut einsetzen, Türen schließen und los geht's. Das Ganze jetzt natürlich im Zeitraffer. Und hier sind die Konturen schon fertig gefräst. So sieht das Endergebnis aus.